Willkommen zurück zu Das Rätsel der Villa Drachenkralle. Wir sind im zweiten Akt angekommen und das bedeutet für uns, dass wir ungefähr jeden einzelnen Schauplatz noch einmal neu besuchen sollten, in der Hoffnung, dass wir dort komplett neue Gespräche finden. Und ich denke, wir fangen wieder an bei der Villa Drachenkralle und schauen, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich glaube ja. Hier geht es ja Schlag auf Schlag. Die Tage der Villa sind gezählt. Ja, wie man sehen kann, die Friedensarche wurde weggeschafft und es gibt einen Antrag auf Baugenehmigung, der Aussicht auf Erfolg hat, wenn man Gabis Worten trauen darf. Und hier haben wir Axel Sporting World, so soll das Ganze dann am Ende heißen. Und ja, Bauherr Axel Gradiva, Architekt Rem Foster, wer auch immer das sein mag. Den lernen wir, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr kennen, aber nun ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt die chinesische Villa. Hier wurde einmal ein Fenster eingeworfen und hier hinten sieht das auch nicht mehr ganz in Ordnung aus. Und die Lampe ist auch kaputt. Wer kann das gewesen sein? Vielleicht irgendwelche Jugendliche, die ein wenig Vandalismus betreiben wollten. Was ist das hier eigentlich? Gut, dass Frau Gradiva das nicht mit ansehen muss. Die Geranien waren ihr ganzer Stolz. Und leider ist es nicht dabei geblieben, dass nur die Geranien zerstört wurden, sondern auch die Villa. Die guten Geranien von Frau Gradiva, auch die wurden gewissermaßen mit Füßen getreten, so wie der Rest des Grundstücks. Es wird ja wenig Wert auf das Erbe gelegt und die alte Villa scheint dem Axel gar nichts wert zu sein, so wie das hier aussieht. Und er möchte einfach nur seinen Traum verwirklichen, die Sporting World. Und wir schauen uns jetzt mal in der Villa selbst um, wenn wir da rein können. Das verlassene Haus gucke ich mir mal aus der Nähe an. Ist ja fast schon eine Ruine, das Ganze. Von innen sieht das natürlich auch nicht mehr so gut aus. Alles verfällt und die Tapete blättert ab. Und wir schauen uns mal um, wenn ich mal hier meine Maus gefunden habe. Hier haben wir ein Klavier, ein Piano. Alles im Drachenstil gehalten. Die Kronleuchter sind Drachen. Und auch das Klavier ist sehr chinesisch angehaucht. Auch auf dem Piano ein Drache. Wirklich konsequent. Der Drache ist ja ein altes chinesisches Symbol für die Macht und für die Kraft. Kombiniere, hier wurde jahrelang nicht neu tapeziert. Und in diesem Zustand wird die Kraft nicht mehr so ausgedrückt. Das ist eher ein Abbild von Verfall. Hier sind noch Familienbilder, kann man die vielleicht noch anschauen. Wenn wir uns mal hier in den anderen Raum begeben, auch überall Drachen. Hier ein schöner Teppich mit einem grünen chinesischen Drachen drauf. Dieser Teppich stammt aus China. Das kann man an den sanften Farben erkennen. Ja, so sanfte Pastellfarben. Die sind natürlich auch ein wenig eingelaufen, bin ich der Meinung. Aber ganz typisch für die chinesische Kultur. Und hier haben wir auch noch den Kamin, der so eine Art chinesisches Dach darstellt. Sogar noch mit richtigen Dachkacheln und eine Kommode. Naja, was ist das denn? Palm steht da drauf. Ja, nehmen wir auch einfach einen Coupon mit, scheint das zu sein. So eine Art, ja vielleicht gibt es da irgendwas umsonst im späteren Spielverlauf. Chopin, Mozart, Schubert, Beethoven. Was Fetziges scheint nicht dabei zu sein. Genau, die Meister der Kunst, der klassischen Musik. Wunderbar. Und ich glaube, die werden noch später wichtig. So viel kann ich schon mal verraten. Und hier? Familienfotos. Ob Frau Gradiva weiß, dass die hier herumliegen? Ja, wäre ja ganz nett, wenn Tim die vielleicht retten würde und Frau Gradiva mit ins Altenheim bringen würde. Und hier scheint es ein Hochzeitsfoto zu geben. Möglicherweise ja von Frau Gradiva damals. Und andere Bilder, wo man einen Herrn und eine Dame sieht, verliebt. Möglicherweise das Liebespaar Gradiva. So gut. Ansonsten gibt es hier glaube ich nicht mehr viel zu sehen. Hier gibt es noch Farbbilder offenbar. Etwas modernere, aktuellere Bilder. Und ich glaube, das ist ein chinesischer Palast im Hintergrund. Wahrscheinlich hat die alte Dame auch noch eine Reise nach China unternommen. Und kommt man hier raus? Nee, hier dreht man sich um. Und am besten schauen wir nochmal mit Karl an der alten Villa vorbei. Eine Brücke für eine Schubkarre. Das Haus wird wohl komplett ausgeräumt. Pelagonien. Hier hat auch schon länger keiner mehr gegossen. Gut, dass wir hier das Libellenprojekt gemacht haben. Sonst könnten wir nicht ahnen, wie wichtig so ein kleines Stück Schilf sein kann. Tja, und gut, dass wir noch mitbekommen haben, wie das hier aussah, als es noch intakt war. Gut, die Eiche war gefällt, aber mittlerweile sieht das hier gar nicht mehr gut aus. Diese Baggerspuren sind erst der Anfang. Tja, ich fürchte auch. Diese Villa wird gefällt werden. Diese Villa wird niedergestammt werden, wenn wir nichts dagegen tun. Und am besten gehen wir doch auch nochmal mit Karl in die Villa. Da schau ich doch mal rein. Komisch, dass das Klavier hier noch steht. Ein wenig seltsam ist es schon. Also das ganze Haus wurde ausgeräumt, auch die Bilder von der Decke, von der Wand gehängt. Die Bilder, die hier fehlen, nahm Frau Gradiva bestimmt mit ins Altersheim. Ja, davon gehe ich aus. Hoffe ich zumindest, dass sie irgendwas retten konnte. Denn ein paar Bilder wurden hier gelassen. Der Teppich auch. Perfekt durchgestylt dieses Haus. Sogar auf dem Teppich Drachenmuster. Ja, auch die Türklinke hier. Total aufwendig gearbeitet. Alles im chinesischen Drachenstil. Ah ja, das hat mir angeguckt. Ich glaube, da wird Karl auch nichts anderes ersehen können. So viele Noten. Genau. Chopin, Mozart, Schubert und Beethoven. Und alte Bilder. Das scheinen alles Fotos von Herrn Gradivas Familie zu sein. Gut. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal mit Tim zurückkehren, weil wir haben ja mit Tim noch gar nicht den Garten uns angeschaut. Mal sehen, was er dazu sagt. Das war mindestens ein Caterpillar. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Abriss verhindern wollen. Tja, es wird jetzt langsam geht es in die heiße Phase sozusagen. Wir haben schon Glück, dass wir hier so einen großen See haben. Ja, so ein See in der Nähe ist schon eine angenehme Sache, allerdings auch nur, wenn der intakt ist. Und das bringt natürlich auch ein wenig Verantwortung mit sich, dass jeder, der hier lebt, auch ordentlich mit dem See umgeht. Ich fürchte, dass der Herr Gradiva nicht so viel Wert darauf legt. Mit Willi und Gabi müssen wir auch noch mal zurück. Vor drei Monaten haben wir hier noch Kakao und Torte bekommen. Tja, ich glaube, heute werden wir wahrscheinlich keinen Kakao und Torte bekommen. Zertrampelte Blumen sehen traurig aus. Dann müssten wir vielleicht noch mal zu Frau Pepa gehen, ob die noch was für uns hat. Die Aktion mit dem Froschenbär, das Schürze, war ein voller Erfolg. Ach, das hat stattgefunden. Verstanden, okay. Also Klößchen hat der Bär da eine Kröte in die Schürze gepackt. Würde mich interessieren, wie die darauf reagiert hat. Baggerfahren macht sicher Spaß. Ein frecher Streich seitens Willi. Naja, wir wissen ja, was wir davon halten sollen. Oh, da kann man ja rein. Ach was. Gut. Wir können hier nicht nur rein, sondern wir können uns auch hier umschauen und wir klicken mal das Klavier an mit Willi. Igitt, ein Klavier. Gut, dass Mutter aufgehört hat, aus mir einen zweiten Mozart machen zu wollen. Ja, immer diese Eltern, die ihre Kinder zwingen, ein Instrument zu spielen, weil sie selber keins spielen können. Das ist natürlich auch wieder so ein Klischee. Familienbilder. Schön. Aber Axel interessiert sich nicht sehr für seine Wurzeln. Nee, gar nicht. Und vielleicht erfahren wir ja noch etwas über die Wurzeln der Gradivas, wenn wir uns nochmal im Stadtarchiv umschauen bei Herrn Quest im späteren Verlauf. Ein chinesischer Teppich mit Drachenmuster. Also schon ziemlich alt. Denn heute gibt es nur noch Pflanzenmuster. Und ob die Familie sogar Wurzeln hat in China oder ob sie einfach nur sehr begeistert war von der chinesischen Kultur, das kann ich so nicht sagen. Das weiß ich gar nicht. Und es wird auch so, glaube ich, gar nicht genannt. So, hier gibt es nichts Neues. Hier müssten die Noten sein, die Willi vielleicht verabscheut. Die Noten wecken schlimme Erinnerungen. Gut, dass ich Mutter überzeugen konnte, dass ich einfach zu unmusikalisch bin. Tja, Willi wurde dazu gedrängt, Klavier zu lernen und mochte das gar nicht. Genauso viele alte Bilder wie bei uns. Axel scheint sich nicht sehr für seine Vorfahren zu interessieren. Gut, dann haben wir mit Willi hier auch alles uns angeschaut. Die alte Ruine. Und Gabi wird bestimmt auch etwas schockiert sein, wenn wir die Villa besuchen. Jetzt sieht die Villa schon richtig verlassen aus. Ich weiß gar nicht, seit wann überhaupt hier alles eingeschlagen wurde, aber ich glaube, als wir das letzte Mal hier waren, war das noch nicht so. Da war noch alles intakt, bis auf die Eiche. Wer hat denn die Blumen zertreten? Das wusste ich auch gern. Hier kann man nur so rücksichtslos alles kurz und klein fahren. Erstaunlich, dass die Libellen ihre Eier am Schilf ablegen und dass die kleinen Nymphen über ein Jahr brauchen und sich zwölfmal häuten, bis sie endlich zu werden. Ja, wir sehen, dass Gabi damals aufgepasst hat, als es um die Libellen ging und als die mit dem Schuhprojekt hier waren. Und sie scheint sich weiterhin dafür begeistern zu können. Das ist natürlich sehr traurig darüber, was hier stattgefunden hat. Oh, die Tür ist nur angelehnt. Naja, wenn sie nur angelehnt ist, dann dürfen wir ja mit Sicherheit hier rein und uns ein wenig umgucken. Auch mit Gabi. Ob Frau Gradiva Klavier spielen kann? Naja, davon gehe ich aus. Also wenn wir uns mal die Noten gleich anschauen, da scheint ja einiges gelagert zu sein in der Kommode. Und wenn sie das alles spielen kann, dann denke ich, dass sie eine gute Klavierspielerin ist. Ob sich niemand für dieses Bild interessiert? Kann natürlich auch sein, dass ihr verstorbener Mann Klavier gespielt hat oder der Axel, wobei ich davon nicht unbedingt ausgehe. Das traue ich ihm dann doch nicht zu. Aber vielleicht ist das Ganze, was er uns präsentiert, auch nur Fassade und in Wirklichkeit ist er ein begnadeter Musiker. Ein schöner Teppich, aber er hat schon ein paar Mottenlöcher. Tja, deshalb wurde der wahrscheinlich auch nicht mitgenommen ins Altenheim. Wäre doch schön, vielleicht dort im Aufenthaltsraum dieser chinesische Teppich, der ist bestimmt was wert. Und schön ist er ja auch. Irgendjemand hat hier früher viel Klavier gespielt. Die Frage ist wer. Wir wissen es nicht. Ein Jammer, dass die Fotos hier so unbeachtet herumliegen. Ich werde später versuchen, sie für Frau Gadiva in ein Fotoalbum zu kleben. Dann müssten wir die erstmal mitnehmen, oder? Behalten wir das mal für uns? Ist ja nicht unsere Angelegenheit, aber Gabi scheint sich darum zu kümmern. Und wird wahrscheinlich später die Bilder mitnehmen. Und jetzt haben wir uns die Villa ja nochmal angeschaut, uns über den Zustand vergewissert. Und wir sehen, dass das Ganze wirklich kurz vor einem Wandel steht. Der Herr Axel scheint wirklich jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Und vielleicht stellen wir ihn direkt mal zur Rede. Acht! Seit wann plant Axel den Neubau am See? Mädel, quatsch mich doch nicht immer schräg von der Seite an. Wenn du Fragen an Axel hast, frag ihn, aber lass mich damit in Ruhe. Kapiert? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und Trainer bin ich der Meinung. Das ist sogar der Trainer für die Europameisterschaft. Ja, guten Tag. Erfolg ist wichtiger als Libellen. Das mag vielleicht sein für den einen oder anderen, aber für uns nicht. Wir geben mehr auf die Libellen, die am See leben. Acht! Wie lange kennen Sie Axel Gradiva schon? Und wir stellen einfach nochmal die zweite Frage. Seit einer Ewigkeit. Und jetzt mach, dass du weiterkommst. Ich muss trainieren. Eins. Gut, dann müssen wir tatsächlich mit Axel reden, um an weitere Informationen zu kommen. Und vielleicht nochmal sein Gewissen ansprechen. Wann beginnen denn die Bauarbeiten für die Surfschule? Und auf sein gutes Herz anspielen. Ich erwarte täglich die Baugenehmigung. Seitdem wir das Problem mit dem Baum nicht mehr haben, sieht alles gut aus. Und so eine Surfschule ist ja an und für sich auch gar keine schlechte Sache. Aber wenn man bedenkt, welchen Preis dafür bezahlt werden muss, ist das natürlich wieder sehr fragwürdig. Hier kannst du sehen, dass wir einen großen Wellnessbereich geplant haben. Mit Sauna und einem kleinen Pool. Alles, damit sich der Kunde wohlfühlt. Meine verkalkte Mutter wird das schon einsehen, wenn sie das Ergebnis sieht. Ja, so verkalkt kommt die mir eigentlich gar nicht vor, die Frau Gradiva. Jetzt, wo wir sie das letzte Mal nochmal getroffen haben, ist mir aufgefallen, dass sie wirklich ihre klaren Momente hat. In der sie ganz genau weiß, was vor sich geht. Und das scheint der Axel ein wenig zu unterschätzen, hat das Gefühl. Zwei, drei. Ist Axel noch aktiv? Er trainiert nicht mehr regelmäßig, wenn du das meinst. Er ist jetzt mehr als Geschäftsmann aktiv. Plant sein Sportcenter am See. Da hat er jede Menge zu tun. Ja, wie ich schon angedeutet habe, der Axel ist mittlerweile Geschäftsmann und trainiert nicht mehr. Ist nicht mehr sportlich. Vielleicht ist der Bärt ja auch bald Geschäftsmann und büßt damit seine Muskeln ein. Wer weiß. Was wollen sie tun, um das Biotop auf ihrem Seegrundstück zu erhalten? Was quatscht ihr alle immer über Biotope, Libellen und so ein Zeug, hä? Ich bin Geschäftsmann, ich will Profite sehen. Nur das zählt. Profite statt Biotope. Das könnte wahrscheinlich auch auf einem T-Shirt stehen, das der Herr Axel hier in seinem Fitnessstudio anbietet. Schade, wie er über die Umwelt denkt. Zwei. Aber was soll man machen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Bodybuilding zu trainieren? Ich hatte ein Figurproblem, war etwas fett. Und als ich dann ein Interview mit Schwarzenegger im Fernsehen sah, wusste ich, so will ich auch werden. Der hatte ein Figurproblem, war wahrscheinlich ein wenig fettleibig vorher. Und das hat ihn dazu angetrieben, sein Leben komplett zu ändern und in die andere Extreme zu gehen, nämlich in das Bodybuilding. Interessanter Gedanke. Und das erklärt auch ein wenig mehr seinen Charakter, weil ich habe schon ein paar Beschwerden gehört über den Herrn, dass der wohl nicht ganz so gut ankommt. Aber es gibt immer einen Hintergrund. Und den sollte man immer bedenken, auch bei digitalen Menschen. Was wollen Sie tun, um das Biotop auf Ihrem... Ach ja, das haben wir gefragt. Entschuldigung. Wäre Krafttraining auch was für mich? Jeder kann durch Krafttraining nur gewinnen. Mach doch mal eine Probestunde. Da wirst du merken, wie gut du dich hinterher fühlst. Naja, ich weiß nicht. Ja, nicht, dass Klößchen am Ende auch zu so einem Muskelprotz wird. Wäre natürlich interessant zu sehen, diese Entwicklung. Aber sind wir mal ehrlich. Ich glaube, wir mögen ihn so lieber. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um Willi und wie er sich damit fühlt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Bodybuilding zu... Ist Axel noch aktiv? Ach, wisst ihr, ich habe ja gerade beide Fragen schon gestellt und wundere mich, warum wir hier nicht weiterkommen. Ähm... Ich glaube, wir nehmen uns mal die Zeit in dieser Folge, die Fragen zu stellen. Vier... Woher hat Axel denn das Geld für den Neubau? Seine alte. Ich meine seine Mutter. Sitz doch auf einer Menge Kohle. Sie will sie nicht so recht rausrücken, aber Axel macht das schon. Axel macht das schon? Der kriegt das Geld aus seiner Mutter irgendwie. Hat er jedenfalls vor. Haben Sie Schwierigkeiten mit der Baugenehmigung für die Surfschule? Surfschule? Du sprichst von Axel Sporting World, dem großen Sportcenter mit Fitness, Bodybuilding und einer Surf- und Segelschule. Warum sollte ich Schwierigkeiten haben? Wir fangen in den nächsten Wochen an zu bauen. Ich glaube, der Axel ist ein wenig größenwahnsinnig. Aber offenbar, was die Planung angeht, scheint er recht fit dabei zu sein. Also, naja, ist fragwürdig, ob das alles so funktioniert. Und manchmal entstehen solche Projekte ja auch, ohne dass man sich vorher Sorgen um die Finanzierung gemacht hat. Und nicht, dass am Ende das Ganze durchgesetzt wird und da eine halbwertige Sporting World da steht. Und Axel in den Schulden versinkt. Wobei, man würde es ihm ja auch irgendwie gönnen. Wir sind ja ein wenig im Clinch mit dem Axel. Der Architekt entwarf den Neubau nach meinen Vorstellungen. Modern, farbenfroh, nicht so düster. Weg mit dem alten Drachenkasten. Ich freue mich drauf. Tja, Axel, wir müssen dir leider diesen Traum durchkreuzen, habe ich das Gefühl. Der junge Mann nimmt ja leider gar keine Rücksicht auf Verluste. Zweit. Da kann man ihm auch leider nicht gönnen, dass das Ganze ein Erfolg wird. Ist Axel Gradiver ein Freund von ihm? Freund? Axel interessiert sich nicht für Freundschaft. Sein Herz schlägt für Titel, Erfolg und Kohle. Er war Ende der 70er Jahre Trainingspartner von Schwarzenegger und 1990 fast Bezirksmeister der Senioren. Jetzt möchte er sein Lebenswerk mit dem Sportcenter am See krönen. Tja, ein Sportcenter am See als Lebensziel ist natürlich eine interessante Sache. Aber wenn man dabei über Leichen geht, ist das natürlich sehr verwerflich. Wie geht es Ihrer Mutter? Gut, schlecht, was weiß ich. Meine Mutter ist in guten Händen. Für sie wird gesorgt. Sie muss sich nicht mehr um das Haus kümmern. Die Last habe ich ihr abgenommen. Und Axel hat ja offensichtlich wirklich ein sehr schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter. Und nicht erst, seitdem er die Sportwelt dort am See bauen möchte, habe ich das Gefühl. Der scheint ja schon seit Jahren einen sehr seltsamen Lebensweg eingeschlagen zu haben. Und es scheint mir fast so, als wenn der Axel wirklich ein paar Minderwertigkeitskomplexe hat und die versucht, durch diesen Erfolg und das Geld auszugleichen und vielleicht seine Mutter damit zu beeindrucken. Auch wenn er angibt, dass sie ihm recht egal ist. Aber ich glaube, sie ist ihm gar nicht egal. Und wir werden im Laufe der Geschichte auch noch einiges über seine Familiengeschichte erfahren. Vielleicht erfahren wir dann auch, warum Axel so ist, wie er ist. Die Frage ist nur, ob wir das wollen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Tim das wirklich interessieren könnte. Und hier sehen wir, wie es aussehen kann, wenn man sich hier ordentlich ins Zeug legt. Und hier haben wir, glaube ich, Axel in jungen Jahren. Das ist Axel vor dem Studio, am Tag vor der offiziellen Eröffnung. Tja, sehr interessant. Und ich sehe hier schon ein Bild mit einem gewissen Österreicher. Ich gehe gleich darauf ein. Mary Roden, die aktuelle Miss Universe, hat hier trainiert. Sieht doch wirklich klasse aus. Und die haben hier echt viele kleine Cameos. Das ist Ron Hotman, der aktuelle Mr. Olympia. Gegen seine Bizepse sehen Fußbälle so klein wie Murmeln aus. Sagenhaft, wie die Muskeln so klar unter der dünnen Haut zu erkennen sind. Die perfekte Mischung aus Kraft und Härte. Ich bewundere ihn. Ja, wir bewundern ihn, glaube ich, alle. Das ist wirklich interessant, wie Muskeln größer sein können als Fußbälle. Hier steht Axel mit dem Pokal von Ron Hotman, unser Mr. Olympia. Axel hat ihn entdeckt und jahrelang trainiert. Mr. Olympia. Und wen haben wir hier? Arnold Schwarzenegger. Ja, tatsächlich. Ein Bild von Arnold Schwarzenegger aus der Zeit, als er manchmal hier trainierte. Er ist mein großes Vorbild. Ein Tier von einem Mann. Also das ist ja wirklich ein Berg. Und hier, das können wir leider nicht anklicken. Das könnte ja vielleicht der Bärt sein. In Stranddress. Und ich glaube, bevor wir hier noch das Maß der Folge endgültig sprengen, machen wir eine kleine Pause und hören uns in der nächsten Folge wieder. Und möglicherweise kriegen wir Axel ja doch noch überzeugt, sein Vorhaben zu ändern. Allerdings sind die Chancen dafür, glaube ich, recht niedrig. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin.